Hallo zusammen, nächster Trailer am Start. Ja, das ist jetzt zwar hier jetzt in Österreich, aber das wird im Bund nicht viel anders sein. Kapazitäten auf Psychiatrie gesprengt. Kinder sind suizidal wegen Corona. Und natürlich vieles mehr zu sehen bei VK, bei BitChute, die sich den Trailer bei WagenusTV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss, macht's gut.